Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu Uncharted in Folge Nummer 24 und wir haben ja dieses ganze ausge... ausgeräuchert, wollte ich gerade sagen und jetzt sind wir hier quasi, äh... da wo wir auch jetzt mal gestorben sind, weil wir einfach nach unten gelaufen sind hier unten warten Leute auf uns, wir haben zwei Granaten noch Mei, wir können die vielleicht auch einsetzen da sind Männekes einfach mal kurz hier eben eine hier hin ich hoffe, einer von denen ist jetzt tot gehen wir kurz nach hier hinten nachladen auch, ganz wichtig da sind sie, da sind die Leute komm, dann haben wir eben tot oh oh hoffe, hoffe, das reicht jetzt, perfekt wunderbärchen kurz mal so entlang nach oben nach hier rüber und BAMS oh fuck, oh fuck, oh fuck stirbst du? Dankeschön der ist schon mal tot fehlen aber noch welche, ne? wo sind die anderen jetzt? oh fuck, da kommen noch einige gerade ja komm mal her tschüss, stirb kommst du? stirb next one noch irgendjemand hoch warte da ist noch einer, pass auf ja, er will nicht okay gehen wir mal eben hier so hin okay, kurz weglaufen einen müsst ihr erwischt haben auf jeden Fall werfen wir den mal kurz hier hinten so hin jetzt gleich oh oh einer ist down einfach so ein paar Probleme gerade, ne? wie ich den angeschossen habe und der einfach nicht reagiert finde ich gut da haben wir noch einen gut ja, die kann halt schon einiges, ne? wechseln wir uns auf diese Waffe hier hier haben wir noch erst noch einer hi okay, habe ich nicht wirklich getroffen wir nehmen jetzt die Para hier komm, so die Para nehmen wir hier war noch irgendwo eine Granate die ist mir super, super wichtig auf jeden Fall würde ich die auch ganz gerne wechseln ja, ich mag die nicht so gerne hier ist die M9 eine schöne M9 genau, das brauchen wir natürlich dann haben wir hier noch eine Waffe rumliegen das ist aber eine andere mach ich mal kaputt wir gehen mal eben hier rein können wir nachladen oh ja, hieran erinnere ich mich auch noch so ein bisschen es ist auch nicht allzu leicht gewesen dieser Part, glaube ich jetzt die Sonderwaffe zum nachladen perfekt ich glaube, das war auch nicht so einfach hier kam auch so ein Typ der meinte irgendwie, ne? und so, ähm wieder mit so Dingens zu hauen wie heißen die Sachen? mit so einer krassen Waffe irgendwann ne, hier können wir nicht hoch wer ist denn diese krasse Waffe? so eine Bums Granatenwerfer Bums so ein Bums gut, jetzt sind wir hier aber was bringt uns das jetzt quasi? können wir von anhand hier irgendwo hin? ne, wo müssen wir denn jetzt lang? können wir das noch kaputt machen oder so? jetzt sind wir mal kurz auf die hier bringt nicht allzu viel irgendwie, ne? oder müssen wir hier hoch oder hier hinten lang? ne, von hier kommen wir da oder ach guck, hier waren wir noch nicht, oder? ah, warte mal hier unten geht's noch weiter okay aua schnell, mach doch geh doch kaputt alter 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 vader der sich kaputt gegangen ist gerade hier muss es irgendwo rausgehen perfekt tot ist er oh fuck von wo? stirb oh fuck erst mal weg den treffen wir auch so pass auf ah, schön ein Headshot gegeben schöner Headshot war das das war richtig cool Mist das wird langsam lächerlich was denn? was ist denn los? hey, wo müssen wir denn jetzt lang? okay, wieder runter? ne aber es hält auch nicht so doll so wunderbar doll gerade okay ja, gut ähm auch nö, oder? das ist doch lächerlich tot tot oh ja, das ist so ein Pisser komm, lass nach oh fuck tschüss ah, scheiße er ist aber auch down finde ich gut da kommt noch so einer an perfekt ist aber auch down da oben ist noch so ein Pisser oh fuck da ist das so einer von diesen Pissern hier aber er ist relativ schnell down geh doch runter ja, was soll ich denn hier machen jetzt? was soll ich ah oh, wie er nicht dahinter geht wie er nicht dahinter geht soll er nicht wegrollt der pissgesichtiges Arschlochkind ey, von Drake ja, ich will die nicht haben tot oh fuck geh weg ich muss irgendwo anders hingehen ich geh mal hier so hin schön können wir uns irgendwo hier verbarrikadieren oder hier so oh oh lol er schießt mich volle Keine an alle anderen sterben nicht aber ich sterbe natürlich, ne das ist natürlich das ist natürlich vollkommen vollkommen richtig so ach Leute das regt mich grad ein bisschen auf hier das ist grad ein bisschen zu much werf doch werf doch alter wer nicht werfen wollte hätte ganz gern so ein Medi Medi-Pack ab und an mal beide tot, nein aua oh scheiße oh scheiße oh scheiße oh scheiße geh weg alter was soll ich denn da bitteschön noch ich hab jetzt ich hab keinen Bock ich hasse sowas das ist mir einfach zu viel stirb stirb du auch bitte du auch sterben oh fuck nicht sterben ich möchte nicht sterben ach Leute ja tritt auf mir rum tritt am besten noch nach so ist es richtig so erstmal kurz den hier erledigen oh lol wie lange der jetzt braucht hier wie lange er braucht und wie er nicht stirbt ach komm fickt euch alle ernsthaft ich hab darauf keinen Bock mehr jetzt ach das nervt doch einfach nur so viele Leute und wie ich ihn nicht treffe zu keinem Prozent treffe ich ihn ah ja klar komm ach so down down oh oh der Akku ist fast leer reicht das für ihn ja lol stirb fuck wo ist er er ist er ist down nein lol kann ich den aua 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 ach manu das rieb ich jetzt schon wieder auf ja komm stirb halt ich oh god ich lebe noch oh 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 fuck nice und dann so ein riesen monster schnell wirf hier hin stirb 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 ah er ist tot oh mein god oh mein god oh mein god haben wir es geschafft was für ein Zufall was für ein Zufall dass wir das gerade geschafft haben diesen Run sorry ich bin super angespannt bei sowas da kann ich nicht viel reden aber es ist ja auch normal dass man sich hier ein bisschen aufs spiel konzentriert da kommt auch jemand an ich gehe mal kurz wieder hier in Deckung da ist er da ist er stirbst du nice er ist down gut können wir jetzt hier so lang laufen ohne problemus erst noch nein eigentlich nur die wir hier haben da ist die das brauchen wir nicht ein Magnum oder was Munition zum Nachladen sehr gerne geht es hier irgendwie weiter aber ihr wollt ja dass ich halt über spiel rede und nicht über über irgendwelche Themen ist ja auch wichtig so bei so einem Spiel soll man eben über spiel reden wenn ich halt eben dann gerade angegriffen werde und so dann haben wir eben dass ich im Bredouille halt bin was ist mit mir ja nix ist mit dir Schatzi ja ja die liebe Bredouille erst müssen wir hier so lang gehen ok wunderbar das ist doch ganz gut hier jetzt haben wir es geschafft durch Zufall geschafft es war wirklich Glück dass wir die beiden Granaten hier richtig hingeworfen haben zu dem mit dem Schild und zu dem Riesenbaby Typen da oh Gott sieht mir wieder nach kämpfen aus ne mal nicht kämpfen hier geht es aber nicht weiter dann gehen wir nach da ja es ist eine Passage auch wo man viel kämpft und ich würde ganz gerne ein bisschen Stealth wieder machen machen wir natürlich so folgendes hier oh oh wirf zurück gleich habe ich es gleich habe ich gleich 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 Granate wegwerfen ah fuck wie ich nicht hier richtig machst du mal mach mal hinne ja ok ah lol kommt noch ein neues Auto fuck ich kann nicht zurückwerfen ah lol ich konnte nicht zurückwerfen weil und so ich konnte es nicht zurückwerfen weil ich gerade auf dem Boden lag jetzt nicht ernsthaft oder so dein Ernst gerade? konnte ich den hier eben fertig machen? ah lol ja ich wollte ihn halt ganz dringend haben erstmal bevor ich was anderes mache ja mal kurz erledigen jetzt mal kurz auf den hier zielen er ist down er ist down und ich bin auch down wir gehen lieber woanders hin oder? von da kommen auch noch irgendwo welche da guck mal von da hinten kommen sogar zwei pissgesichtige Kinder an ja kann ich mal weitermachen dankeschön lebst du noch? alter wie er noch lebt störb halt dankeschön auf den Boden beide down? nein nur einer down oh fuck weg hier ja natürlich war das war das doch klar ich bin hier nicht okay ich lebe wieder wo ist denn das Auto? ach guck mal da oben ist so jemand oh oh please not oh fuck oh fuck ich kann ihn nicht anvisieren okay geht nicht oh fuck okay aber jetzt kann ich ihn vielleicht bekommen nein nein jetzt die dicken fehlen noch da kommen die dicken an aber die können wir auch wunderbar mit unserem Ding hier bekommen ah ne reicht gar nicht viel zu lol von wo? Granate nicht noch mehr jetzt oder? wo kommen die jetzt alle her? da sind die zwei da ist noch einer okay okay weg kurz ja komm bringt aber nichts kommen die gerade nah zu mir? ne ne würde jetzt gerne zuerst den anderen hier haben kann ich den kann ich euch das hinwerfen? ist davon jemand gestritten? geschorben jetzt gerade? ne ne nein der ist nicht geschorben fuck 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 nachladen nachladen hier lang nachladen Granaten habe ich auch noch eins zwei fuck weg hier alle tot? ne gar niemand tut oh fuck magnum stirb stirb alter alter so liegt noch irgendjemand? das müssen eigentlich alle gewesen sein jetzt oder? nachladen nachladen geht es hier irgendwo lang? ich glaube nicht oder? komme ich da nach oben? ich komme hier so nach oben oder? ne ich komme gar nicht nach oben da nach oben muss ich auch nicht wo muss ich denn lang? durch die tür macht am meisten Sinn da hinten in die ne da war ich ja gerade in der ecke komme ich nicht mal hier die rpg kann ich irgendwie da so dran schießen oder so? ja oh fuck aber das ging ganz gut gerade dafür kommt jetzt keiner hier noch nachladen komm mal das sendet aber auch scheiße aus irgendwie oh man ist das heiß so ich bin dann wirklich ein bisschen rübergerade und rede halt ein bisschen überspiegeln ich hoffe das gefällt euch so könnt ihr gerne auch mal in die Kommentare schreiben ob es wirklich so okay ist weil ich muss ja auch mich ein bisschen daran gewöhnen so wie es ist zu spielen ähm so Singleplayer ich habe immer so meine Phasen jetzt habe ich aber gerade die Phase gehabt wo ich einfach Lust hatte oh man ey wie der Gegner war ja klar alter guck dir das mal bitte an hier ja ah lol aber einen habe ich noch bekommen ja verstehst du? was? verstehst du? ja verstehst ich aua nein 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 ich schieß ich schieß bitte da müssen wir jetzt irgendwas machen ne ne oh gut aber vielleicht vielleicht schon ah lol von wo denn ach er ist tot ah okay ja dann äh lauf das können wir ja reiten haben wir egal wir reiten oh oh steuert sich richtig schlecht hier lang aua ich ja dann fahr doch also geh doch renn doch fahr doch fährt fahr doch okay alles es ist ganz cool das ist ein bisschen Assassin's Creed Style jetzt wirklich ne so mit dem Pferd reiten und so kämpft man ja von Assassin's Creed aber kannste man vorher von Uncharted glauben ich glaube Uncharted war früher dran mach ich doch nichts lieber als das ja man kann schon jetzt die Ureinwohner oder die die Eingeborenen ja so ungefähr ne gut hätten wir das auch geschafft Folge ist eigentlich zu Ende aber wir gucken uns das jetzt natürlich noch an ich lebe noch wieso habt ihr mich nicht umgebracht das wäre unhöflich du warst in Not auch ein Feind braucht Nahrung und Schutz bist du mein Feind Amerikaner Drake mein Name ist Drake Salim ich bin hier der Scherif ich will nicht aufdringlich sein Salim aber ich brauche ein Pferd ich kann dir allerdings nichts dafür geben willst du die Karawane allein angreifen du weißt davon meine Kundschafter folgen ihnen seit zwei Tagen was macht ihr hier was wollen die Engländer in der Rubal Kali sie suchen die verlorene Stadt Ubar ihr haben die Säulenstadt mein Freund ist ihre Geise nur er kennt den Weg dorthin wenn sie ihr Rahmen finden ist er wertlos für sie sie töten ihn wenn sie ihr Rahmen finden sind wir alle tot vor dreitausend Jahren war König Salomon der Herr über die Djinn Dämonen aus rauchlosem Feuer bis sie sich wehrten er sperrte sie ein in ein Messinggefäß und warf es in die Tiefen der Stadt Iran wurde zum Ort des Bösen verflucht von den gequälten Seelen der Djinn sie dürfen die Stadt nicht erreichen wenn sie die Macht der Djinn entfesseln wir haben also nicht viel Zeit oder nein aber es sind zu viele wir können sie nicht gleich angreifen heute ruhen wir morgen erreichen sie die Schlucht dann greifen wir an gleich morgen früh gleich morgen früh okay jetzt können wir glaube ich wieder selber steuern ja das heißt für uns erstmal wir sehen uns morgen wieder ja dann geht's in die nächste Folge hauen sie rein bis morgen dann finden wir hoffentlich ihren Rahmen es ist alles ziemlich cool ich finde es spannend ja spannend geht's morgen weiter bis dann tschüss bis dann